so das hätte ja die wohnung auch gut gefallen, die hätte sich gleich gekommen haben sie gesagt, ja, das ist aber auch wunderschön, was der Ilona jetzt ist, ich habe auch viel Geld, was sonst denkt also, überlegen wir mal das ist jetzt ein Video von der Küche, das machen wir auf den Boden und unten und das hier habe ich die Wand so die Spülmaschinenwand durchlaufen lassen aha so